Herzlich Willkommen! Mein Name ist Barnim Jeschke, ich bin Professor an der FOM-Hochschule in München. In diesem Video beschäftigen wir uns damit, was Kaufentscheidungsmodelle sind und was wir mit ihnen in der Unternehmenspraxis anfangen können. Für die Anbieter von Waren und Dienstleistungen ist es von großem Interesse, ihre Kunden zu verstehen. Dabei stehen insbesondere diese Fragen im Fokus. Wie entscheidet sich ein potenzieller Nachfrager für ein bestimmtes Produktangebot? Wie kann ich als Anbieter diese Entscheidung in meinem Sinne beeinflussen? Und wie kann ich den Erfolg meiner Aktivitäten messen und diese optimieren? In der Realität spielen bei einer Kaufentscheidung verschiedene Faktoren eine Rolle. Einige davon sind durch den Anbieter nicht beeinflussbar, andere hingegen schon. Hier kommen Modelle ins Spiel. Modelle haben zum Ziel, Regelhaftigkeiten anhand einer abstrahierten, generalisierbaren Realität herauszuarbeiten. Die Anbieter von Waren und Dienstleistungen wollen natürlich möglichst genau wissen, wie der Kaufentscheidungsprozess ihrer Kunden abläuft und wie sie Einfluss auf die Entscheidung nehmen können. Als wohl bekanntes Entscheidungsphasenmodell gilt AIDA. Dies hat nichts mit dem bekannten Kreuzfahrtschiff oder einer bezaubernden Oper zu tun, sondern ist ein Akronym für Attention, Interest, Desire und Action. Demnach wird ein Käufer zunächst auf ein Angebot aufmerksam. Im nächsten Schritt wird diese Aufmerksamkeit positiv assoziiert, woraus ein konkreter Kaufwunsch resultiert. Schließlich erfolgt der eigentliche Kauf des angebotenen Produktes. Der Kaufprozess wird dabei in drei verschiedene Ebenen unterteilt. In der ersten Ebene, in der der Kunde auf das Produkt aufmerksam wird, stehen affektive, also gefühlsmäßige Käuferaktivitäten im Vordergrund. In der zweiten Ebene, in der die Aufmerksamkeit mit positiven Gefühlen assoziiert wird und den Kaufwunsch begründet, wirken kognitive, also bewusst durchdenkende Prozesse. Die dritte und letzte Ebene, in der der eigentliche Kauf stattfindet, betrifft konative, also handelnde Aktivitäten. Vergleichbare, käuferbezogene Wirkungsmodelle setzen andere Schwerpunkte. So beinhaltet etwa das Hierarchy of Effects Modell von Levitsch und Steiner, im affektiven Bereich neben der Aufmerksamkeit noch eine nachgelagerte Wissensbildung, werden für die Kaufentscheidung relevante Informationen wirklich wahrgenommen. Im kognitiven Bereich gibt es in diesem Modell zunehmend noch eine Phase der Kaufwunschverstärkung. Beim Five Stage Modell von Kotler folgt auf die Wahrnehmung des eigenen Nachfragebedürfnisses zunächst eine Informationssammlung. Im Anschluss werden dann Alternativen zum Produkt bewertet. Im kognitiven Bereich wird zwischen dem Erstkauf und dem Nachkaufverhalten unterschieden. Diese Unterscheidung zwischen Erst- und Wiederholungskauf wird auch im Adoption Modell von Rogers getroffen. Bei allen Unterschieden haben diese Modelle die Gemeinsamkeit, dass sie den Kaufprozess in nachgelagerte, affektive, kognitive und konative Ebenen unterteilen. Welche Schlüsse lassen sich aus den vorgestellten Modellen für die Praxis ziehen? Um den Entscheidungsprozess des Käufers möglichst genau nachvollziehen zu können, sind die Phasen der Kaufentscheidung differenziert abzubilden. Bei meinem 4x3-Kaufentscheidungsmodell wird den drei bisher genannten Wirkungsebenen noch eine präsumtive, also voraussetzende Ebene vorangestellt. Diese beschreibt die Umstände, die es einem Produktangebot erst ermöglichen, Gegenstand eines Kaufprozesses zu werden. So sieht das 4x3-Kaufentscheidungsmodell dann aus. Die vier Wirkungsebenen werden in jeweils drei Wirkungsphasen unterteilt, daher 4x3. Zusätzlich enthält das Modell Informationen darüber, welche Unternehmensbereiche auf die verschiedenen Phasen einwirken und welche Maßnahmen zur Nachfragerbeeinflussung verwendet und hinsichtlich ihres Erfolges gemessen werden können. Unabhängig davon, um welches Produktangebot es geht, der Käufer wird bei einer erfolgreichen Produktvermarktung immer diese zwölf Phasen durchlaufen, mal schneller und mal langsamer. Oder er wird seinen Kaufentscheidungsprozess an einer dieser Phasen abbrechen und für den Produktanbieter als Kunde verloren gehen. Sie haben nun einen ersten Eindruck bekommen, was Kaufentscheidungsmodelle sind. In weiteren Videos betrachten wir die einzelnen Wirkungsebenen mit ihren Phasen und den Möglichkeiten der anbieterseitigen Nachfragerbeeinflussung. Weitere Ausführungen zu diesem Thema finden Sie zudem in meinem Lehrbuch zum Thema entscheidungsorientiertes Management. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und beruflich viel Erfolg beim Anwenden. Bis zum nächsten Mal.